Nun atme ich ein und beim Ausatmen die Hanteln zu den Schultern anheben und langsam wieder senken. Wieder langsam heben und halten und senken. Ich nenne diese Übung Tüten tragen, da wir die hier geforderten Muskeln brauchen, um zum Beispiel unsere Einkaufstüten aus dem Einkaufswagen zu heben. Und wir sind schon bei der 4. Halten und senken. Die 5. Halbzeit und wieder senken. Ruhig einmal kontrollieren. Ist der Rücken noch lang? Sind die Bauchmuskeln noch fest? Und der 6. Langsam wieder zurück. Die 7. Halbzeit und wieder senken. Der 8. Halbzeit und wieder zurück. Die letzten 2. Halbzeit und der 9. Halbzeit und wieder senken. Und der letzte. Die 10. Und wieder zurück. Damit haben wir die erste Kräftigungsübung für die Arme beendet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020